Deutschlands wichtigste Wasserstraße, der Rhein. Und er hat wieder wenig Wasser. Die Pegelstände sind zwar noch lange nicht auf den historischen Tiefständen von 2018 und 2022, doch dieses Jahr geht der Pegel bereits früher zurück und eine ausgedehnte Trockenphase könnte erst noch bevorstehen. Einer der Gründe für den niedrigen Wasserstand ist zu wenig Regen über die vergangenen Monate. Aber die Ursachen für das Problem beginnen bereits im Winter. Regen und Schnee sorgen eigentlich für einen Zyklus, der die Trockenheit im Sommer ausgleicht. Seit ein paar Jahren ist er gestört. Besonders seit 2018 finden wir eigentlich, dass die Wasserspeicher nicht mehr aufgefüllt werden im Winter in weiten Teilen Europas. Und dadurch im Sommer viel größere Trockenheit droht, weil man im Winter einfach Wassermangel schon hat oder mit dem Frühjahr schon in einen Wassermangel dann hineingeht. An dem Fluss hängen viele wirtschaftliche Existenzen. Das wiederkehrende Niedrigwasser belastet die Schifffahrt. Am vergangenen Montag stand der Pegel stellenweise weit unter der 1,35 Meter Marke, ab der nur noch die Hälfte der Fracht geladen werden darf. Ich bin früher viel Donau gefahren und da haben wir immer über die Donau gelästert. Das ist ein reiner Niederschlagsfluss. Man musste immer nach dem Wetter gucken. Und das war auf dem Rhein früher nicht. Durch die Gletscher, durch den Bodensee ist der Rhein immer gespeist worden und ist das Wasser langsam weggegangen. Mittlerweile haben wir den Rhein genauso einen Niederschlagsfluss, der genauso vom Wetter abhängig ist wie die Donau. Wenn es nichts regnet, ist kein Wasser da, weil die Gletscher weg sind. Das ist das Problem, das wir momentan haben und dass das immer hoch und runter geht. Viele Unternehmen sind auf die Binnenschifffahrt angewiesen. Rund 80 Prozent des inländischen Wassertransports verläuft über den Rhein, doch der niedrige Wasserstand kostet. Bei geringerer Ladung steigen die Kosten. Durch fehlende Roh- oder Baustoffe kommen Produktionen ins Stocken. Ökonomen befürchten, dass ein lang andauerndes Niedrigwasser der bereits angeschlagenen deutschen Wirtschaft noch mehr zusetzt und eine Erholung erschwert. Wie lange die Schiffe dieses Jahr überhaupt noch fahren können, ist unklar. Unternehmen suchen nach Alternativen, zum Beispiel über den Landweg. Die Kunden, die einmal vom Schiff weg sind, die sind weg, die kommen nicht wieder zurück. Und das ist unser, der Schiffer, größtes Problem in der Kleinwasserzeit. Eine Lösung könnten speziellere und kleinere Schiffe sein, die für die sich ändernden Umweltbedingungen gewappnet sind. Da ist vielleicht in der Vergangenheit einiges nicht ganz so richtig gemacht worden, weil die großen Schiffe immer größer geworden sind. Und die können teilweise bei diesen Wasserständen dann nicht mehr fahren. Die kleinen können tatsächlich fahren bis zur nautisch-technischen Unmöglichkeit. Erste Unternehmen versuchen inzwischen, die nautisch-technischen Möglichkeiten so weit wie möglich auszureizen. So etwa der Chemiekonzern BASF. Rund 40 Prozent der Rohstoffe, die das Unternehmen verarbeitet, werden über den Rhein angeliefert. Nach dem Tiefstand 2018 hat der Konzern begonnen, eine Flotte mit Niedrigwasserschiffen aufzubauen, um den Rhein selbst dann noch befahren zu können, wenn die Wassertiefe nur noch 30 Zentimeter beträgt.